Im heutigen Video musste ich eine Ängels Geduld aufbringen. Hallo, hier ist der Callcenter Crusher. Der heutige Betrüger wurde zwar nicht beleidigend, doch hatte er weder seine Telefonanlage noch seine Zahlen oder Argumente im Griff. Seine Vergleiche ließen uns echt lachen, weil sie so abstrus waren. Thema verfehlt, Sätzen, Sex. Viel Spaß mit diesem tollen Berater, nach dem Intro geht's los. Hallo? Ja, hallo. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich spreche gerade mit der Kleber, Klaus. Ja, das ist richtig. Schön, Sie haben aber was zu haben, Herr Kleber. Mein Name ist Martin, Martin Dworak, Support-Dienstabteilung von Firma CFD Trader. Herr Kleber, ganz kurz, ich wollte Sie nicht hören, auch nicht so viel Zeit nehmen. Sie haben schon einen Account bei unserer Online-Handels-Plattform geöffnet, bei CFD Trader und Ihr Kontostand steht beim Null. Sie haben auch mit einer, kurz, mit einer, von unserem Aussprächspartner, von diesem, mit Herrn Andreas, ob Sie das erinnern. Und Herr Andreas hat hier schon notiert, dass Sie behaupten, kein Klaus Kleber zu sein. Zuerst und zweitens haben Sie auch über unsere Registration von unserer Lizenz gefragt. Stimmt das? Richtig, richtig. Herr Kleber, ich melde mich von meinen Support-Dienstabteilungen von diesem Unternehmen und ich habe eine Erfahrung über fünf Jahre schon in diesem Bereich. Herr Kleber, darf ich Ihnen das erklären, was Sie brauchen, um zu wissen? Ja, sagen Sie einfach, wo Sie lizenziert sind. Herr Kleber, okay, wir sind schon reguliert und registriert und wir dürfen auch über ganz Europa und Welt arbeiten. Das ist ja klar und das ist auch kein Thema für uns. Herr Kleber, das ist eine Information, das unser Kunde, äh, kriegt auch selber. Also, es ist besser, dass Sie bei unserer Online-Handels-Plattform, also, können Sie dahin schauen. Was? Wo kann ich... Ja, Herr Kleber, Herr Kleber, also, haben Sie aufgelegt oder die Leitung ist einfach weg? Ich habe nicht aufgelegt. Okay, okay, kein Problem. Das passiert manchmal. Okay, Herr Kleber, wie gesagt, wir möchten gerne verstehen, warum haben Sie das Meinung geändert? Weil wir sind schon lizenziert und das wissen Sie ja schon, ja? Nee, weiß ich ja nicht. Das weiß ich ja nicht. Deswegen habe ich ja gefragt. Sie sollten mir ja sagen, wo Sie lizenziert sind und wie Sie lizenziert sind. Das wollte ich wissen. Ja, diese... Okay. Äh, haben Sie Zeit, dass wir zusammen das schauen? Ja, Sie können mir, Sie können mir sagen, erst mal sagen Sie mir einfach, wo Sie lizenziert sind. Okay. Ich kann Ihnen, äh, viel sagen, aber... Ja, genau. Da fangen wir doch erst mal an. Ein Moment. Okay. Okay. Machen wir so. Äh, es ist nicht die gleiche, wenn ich Ihnen, äh, das zeige. Äh, es ist nicht die gleiche, dass wir, äh, äh, wenn ich das sage. Okay? Ich möchte, dass Sie sehen, selber mit Ihren Augen, wo sind wir lizenziert. Und, äh, äh, werden Sie ja selber sehen, dass wir sind schon voll registriert und auch reguliert mit allen die Lizenz, die wir brauchen, um dieses Geschäft zu machen. Ja, und kommen wir jetzt endlich zum Thema, wo wollen Sie mir das denn zeigen? Ja, bei unserer Online-Handelsplattform. Nee, das macht... Nein, 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 das mache ich direkt bei den Lizenzbehörden. Ja, dürfen Sie das machen? Natürlich darf ich das machen. Das darf jeder machen. Ja, das darf jeder. Genau. Aber wenn Sie möchten mehr Informationen, es ist sehr leicht. Ich bin hier, um Ihnen zu begleiten in diesem Schritt. Ja, Sie können mir ja einfach sagen, wo Sie lizenziert sind. Bei FCS. FCS gibt es nicht. Das FCS ist... FCS, äh, das wäre dann, äh, Großbritannien? Ja. Richtig. So. Ja, Sie wissen, Sie haben eine Ahnung davon. Ja, eben. Ich weiß auch, dass es in Großbritannien... Das freut mich davon. Darf ich mal ausreden? Ja. Es gibt in Großbritannien nur zwei Regulierungsbehörden. Das eine ist die FCA und das andere ist die PRA. Das sind die beiden autorisierten, äh, ähm, Behörden, die das, äh, lizenzieren können. Okay. So, und bei welcher sind Sie jetzt? Von den beiden? Bei FCA. Bei FCA. Ich hab schon gesagt, ja. Ne, Sie haben FCS gesagt. F-C-S. Nein, F-C-A. F-C-S. Nein, FCS ist nicht reguliert. FCS reguliert nicht. F-C-A reguliert. FCA ist jetzt was ganz anderes. Wir haben auch das FCA. Ja, dann geben Sie mir doch bitte Ihre Nummer, mit der Sie bei der FCA registriert sind. Ja, Sie haben schon eine Nummer dort, aber ich kann... Ja, ja, sagen Sie mir doch einfach die Nummer. 1, 4, 5, 6, 9, 9, 7. 1, 4, 5, 6. Augenblick. 9, 9, 7. Augenblick. So, 1, 4, 5, 6. Aber warum gehen Sie ganz einfach und klicken Sie drauf bei unserer Online-Handelsplattform? Nein, nein, ich gucke da, wo Sie lizenziert sind. Also, 1, 4, 1, 5, 6 und dann? 1, 4, 5, 6, 9, 9, 7. 9, 9, 7. Okay, dann gucken wir mal direkt bei der FCA. Nein, da sind Sie nicht unter dieser Nummer registriert und reguliert. Sehr gerne, habe ich schon gesagt. Komm, gehen wir zu Besagen bei unserer Online-Handelsplattform. Nein, brauche ich nicht. Kriegen Sie drauf und gehen Sie direkt. Nein, nein, das werde ich nicht tun. Das werde ich nicht tun, weil ich weiß, dass Sie bei der FCA nicht unter deren Nummer reguliert sind. Also, Sie glauben, was ich Ihnen sage, vielleicht sind Sie noch auch nicht wieder... Nein, ich glaube, das, was ich mit eigenen Augen sehe bei der Finanzregulierungsbehörde. Perfekt. Das glaube ich. Wenn Sie glauben und haben das, was Sie sehen, gehen Sie einfach an unsere Online-Handelsplattform. Nein, das ist das, was Sie wollen, dass ich das glaube. Aber ich gucke da, wo bei den offiziellen Behörden gucke ich nach. Und da sind Sie nicht reguliert. Mit Höflichkeit bitte ich Ihnen... Nein, 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 ich gehe nicht auf Ihre Seite, um mich da betrügen zu lassen. Sie sind nicht bei der FCA reguliert. Warum denken Sie, dass... Das sage ich Ihnen doch, weil Sie nicht bei... Sie sagen, Sie sind bei der FCA unter dieser Nummer reguliert und Sie sind es nicht. Das habe ich überprüft. Wo haben Sie das überprüft? Bei der FCA. Bei der FCA. Sie sind bei der FCA gerade. Ja, genau. Okay. Gehen Sie doch einfach mal auf die Seite der FCA. Aber ich bin schon doch bei der Seite. Okay, dann lesen Sie mir vor... Nein, nicht der Online-Handelsplattform, sondern bei der FCA-Seite. Der Originalseite der Behörde. Herr Kleber, lass uns in einem anderen Stand das reden. Also, Herr Kleber... Ja, nö, wieso? Sagen Sie zu mir. Ich sage doch... Haben Sie schlechte Erfahrungen gehabt? Nein, 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 habe ich nicht. Nur ich bin... Haben Sie keine Erfahrung? Hallo, vielleicht lassen Sie mich einfach mal ausreden. Wenn Sie Fragen stellen, dann müssen Sie auch die Antwort abwarten. Ja, okay. Also, ich bin ein Investor, der sich vorher informiert, bevor er irgendwo investiert. Also habe ich keine schlechte Erfahrung gemacht und ich sehe, dass Sie bei der FCA nicht reguliert sind. Wo sollen Sie das wissen? Das sage ich doch gerade. Ich bin auf der Webseite der FCA. Ja. Ja, da bin ich. Auf der Webseite der FCA. Und die Nummer stimmt das nicht? Nein. Die gibt es nicht. Die FCA hat unter dieser Nummer niemanden registriert. Okay. Ich werde das per E-Mail oder per WhatsApp, wenn Sie möchten. Per E-Mail. Weil WhatsApp haben Sie nicht bei dieser Nummer, oder? Richtig. Richtig, habe ich nicht. Haben Sie nicht. Okay, machen wir so, Herr Kleber. Weil es ist auch zweckslos, wenn Sie wollen auch nicht eine Investition machen. Das ist das ganz andere. Nein, ich will keine Investition machen bei Leuten, die vorgehen, bei der FCA reguliert zu sein und gar nicht reguliert sind. Okay. Und wenn wir das schaffen, das Ihnen per E-Mail zu senden, werden Sie mitmachen? Was wollen Sie mir denn per E-Mail senden? Unsere Regulation per E-Mail schicken, Herr Kleber. Wie denn? Das reguliert sind Sie. Mit dem E-Mail. Na gut, aber das kann ich doch selber machen hier. FCA eingeben und dann die Nummer eingeben und dann wird bei der ganzen FCA überprüft, ob jemand reguliert ist. So einfach ist das. Okay, abgenehm. Mal abgesehen davon. Wenn Sie sehen schon, dass wir sind schon reguliert, also reguliert. Nein, das sehe ich ja nicht. Alles. Okay, also behaupten wir, dass wir sind reguliert. Werden Sie schon eine Investition tätigen bei uns? Wenn Sie mir das beweisen können, ja. Aber jetzt kommen Sie nicht mit irgendwelchen Zertifikaten. Die stellt nämlich die FCA gar nicht aus. Nein, 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 nein. Machen wir das nicht. Wir sind eine licenzierte Zahnärmerecke. Ja, das konnten Sie ja bis jetzt noch nicht beweisen. Wie wollen Sie das denn beweisen? Ich schicke zu. Was wollen Sie mir denn zuschicken? Was? Unsere Licence, unsere Regulation. Wo sind wir reguliert? Ja, das habe ich ja gerade überprüft. Wo denn? Bei der FCA. Bei der FCA. Ja. Vielleicht, Sie wissen ja nicht, wie das geht. Doch, das weiß ich gar nicht. Das weiß in Deutschland jeder. Das weiß in Deutschland jeder, der Investor ist. Aber warum schauen Sie nicht bei unserer Online-Handelsplattform das? Weil sowas gerne von Betrügern gefakt wird. Und deswegen gucke ich nur bei den offiziellen Behörden, die das machen. Ja, aber die sind bei den offiziellen Behörden, wenn Sie da drauf drücken, bei dieser ländische Nummer, die werden bei dieser Unternehmer, wo Sie eigentlich in der FCA sind. Das brauche ich nicht. Ich bin schon auf der Seite der FCA. Und da habe ich Ihre Nummer eingegeben. Okay, ich melde mich für meine Dienst-Support-Abteilung von dieser Unternehmer. Ja, ist doch schön und gut. Und ich möchte auch gerne verstehen, ob Sie ein Interesse haben, um eine Investition zu tegeln. Das habe ich Ihnen jetzt mehrfach erklärt. Ich wollte auch verstehen, ob Sie einen Grund nennen, wie einen Grund, dass über diese Lizenz, weil... Ja, natürlich, habe ich doch auch getan. Sie können auch mit Ihren Augen schauen, dass wir... Das tue ich ja gerade. Nein, das sind Sie nicht. Bei CFD-Trader. Nein, das sind Sie nicht. Bei CFD-Trader, bitte. Gehen Sie da hin. Nein, ich gehe da, wo reguliert wird. Und nicht auf irgendwelchen eigenen Webseiten. Ich gehe da, wo reguliert wird. Und das nach eigenen Angaben bei der FCA. Lassen wir eine Seite das. Ich habe einen Plan von mir, Herr Kleber. Und ich wollte diese Plan gerne vorstellen. Wir sprechen hier für eine langfristige Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Ja. Und das ist uns wert. Wir machen auch keine... Wir machen auch Kunden, das machen schon eine kleine Zivilisation, verlieren das Geld und gehen weg. Das machen wir überhaupt gar nichts davon. Doch, doch, ich weiß, was Sie davon haben. Ich weiß, was Sie davon haben. Okay, es ist Ihre Meinung, aber was wir tun, ist etwas ganz anderes. Deswegen, solche Kunden wie Ihnen, da sind ein bisschen skeptisch oder was weiß ich, haben schlechte Erfahrungen oder... Nein, keine schlechte Erfahrungen, nur Sie sind ein bisschen schlauer als andere Leute. Okay, erklärbar. Ich möchte Sie als neue Kunden gewinnen. Ist das grundsätzlich möglich? Natürlich. Indem Sie mir Ihre echte Regulation nennen. Okay. Machen wir das. Schritt für Schritt, okay? Ja. Für solche Kunden wie Ihnen, ich bitte Sie, ich bitte Sie, wir haben ein tolles Angebot für solche Kunden wie Ihnen. und glauben Sie mir, wenn Sie das hören, werden Sie eine Investition machen, ohne einen Kopf zu machen. Ja, was haben Sie denn für ein Angebot? Perfekt. Herr Kleber, für solche Kunden wie Ihnen, das haben, ich weiß nicht, schlechte Erfahrungen, skeptisch, was weiß ich, schlechte Impression gelesen oder was weiß ich, wir bitten ein tolles Paket. Dieses tolles Paket, Herr Kleber, ist mit 100% Geld zurückgarantie von unserer Seite. Ja, aber man muss erst mal einzahlen. Was bedeutet das? Ja, ist schon klar. Okay. Darf ich das Angebot zu Ende bringen und dann resistieren? Meinung, kein Problem. Also, mein Job ist nicht, Ihnen zu zwingen, etwas zu machen, das Sie nicht wollen. Glauben Sie mir an das? Und ich habe überhaupt kein Interesse, wenn Sie mitmachen oder nicht. Ich bin hier, um Ihnen alles zu erklären. Und dann, die Entscheidung. Ich werde, auch wenn Sie sagen, okay, ich glaube, dass ich, äh, oder was weiß ich, legen Sie sich auf, kein Problem, verabschieden wir, wir Menschen zusammen und das ist nicht bei den Unternehmern. Aber ich bin hier und mein Job zum... Ja, und raus ist er. Alter, Falter. Zu blöd zur Telefon. Der ruft gleich noch mal an. Äh. Ja, bitte. Ja, Herr Kleber, schon wieder das Leitung. Ja, warum legen Sie denn auf? Nicht. Es ist das Leitung. Das ist eine Internetleitung, das wir nutzen, um unsere Kunden zu, äh, zu anrufen. Herr Kleber. Also, das heißt, Augenblick mal, Augenblick mal, äh, Sie nutzen eine Internetleitung und, äh, mit einer deutschen Vorwahl. Aber, aber Sie können auch zurückrufen, kein Problem. Also, ich melde mich von meiner, äh, Superdienstabteilung. Und wo ist diese, wo ist diese Supportdienstabteilung? Ich melde mich, also, Sie sehen schon dort eine Handynummer von Deutschland, richtig? Eine deutsche Nummer. Ja. Eine deutsche Nummer. Und wo ist Ihre Supportabteilung in Deutschland? Wo sitzen Sie gerade? Nein, nein, wir sitzen nicht in Deutschland. Wir sind schon in, äh, ich melde mich von London, das ist eine deutsche Abteilung, Herr Kleber. Ja, und sehen Sie, schon das ist illegal. Schon das ist illegal. Nein, nein, das ist nicht illegal. ist es. Aber machen Sie keine Sorgen. Nein, Sie brauchen keine, Lassen Sie mich das weg. Nein, nein, jetzt gehen wir erstmal das Thema, Thema, jetzt erstmal das Telefon, Thema Telefon. In Deutschland ist es gesetzt, dass man nur von, äh, die Nummer anrufen kann, in dem Land, wo man sitzt. Sie sagen, Sie sitzen in England, dann müssen Sie eine englische Rufnummer haben und Sie rufen mit einer deutschen Rufnummer an. Das nennt sich Spoofing, nennt sich das. Das ist Spoofing. Ja. Okay, in, in einigen Maßen haben Sie recht. Okay. Ja, natürlich habe ich recht, das weiß ich. Aber, das wechselt ja schon, weil, Sie haben schon freiwillig, bei unserer, äh, bei einer Vermutung, die Sie jetzt machen, Sie haben schon auch die Daten gespeichert. Ja, und, das hat aber nichts damit zu tun. Sie müssen trotzdem ein Double Opt-in haben. Aber, Sie müssen, Sie müssen, Augenblick, Augenblick, Sie müssen erstmal meine Genehmigung einholen, mich anzurufen. Das haben Sie nicht. Ich habe schon das Genehmigung, weil, wie denn, wann habe ich, wann, wann habe ich Ihnen die, wann habe ich Ihnen die Genehmigung erteilt? Um, eine Dienstleistung zu geben. Wann haben Sie, meine Frage ist, wann haben Sie mir die Genehmigung erteilt? Das sogenannte Double Opt-in. Okay, darf ich das erklären? Ja, nennen Sie mir das einfach. Wann habe ich Ihnen das gegeben? Okay, darf ich mit Höflichkeit, ich bitte mit Höflichkeit, das zu hören. Okay, ich kenne auch die Gesetze. Na gut, dann erzählen Sie. Ich bedanke mich sehr. Herr Kleber, Sie haben schon, ich habe schon gesagt, durch eine Werbung, wir machen zu viele Werbungen, aber Sie haben schon, warte mal, ich muss sagen, genau, okay, Sie haben schon Ihr Datum bei einer von unseren Werbungen über Amazon Ihr Daten gespeichert. Stimmt das? Nein. Na komm schon, Herr Kleber. Wie so, na komm schon. Durch eine Werbung haben Sie Ihre Daten gespeichert. Nein, nicht. Wo weiß ich, dass Sie, Sie sind, Herr Klaus Kleber. Ja. Wo weiß ich, dass Sie mit einer E-Mail-Adresse klaus.kleber at, das ist ja ein bisschen, äh, ramenemail.de haben. Also, durch diese Werbung haben Sie Ihre Daten gespeichert. Also, automatisch, Sie sind bei unserer Online-Handelsplattform schon gelandet. Das heißt, Sie haben auch eine, äh, Account geöffnet bei unserer Online-Handelsplattform. Das heißt, Sie sind eine, äh, eine Kunde bei uns. Und, wenn Sie eine Kunde bei uns sind, wir haben alle das Recht, um Sie eine Dienstlein zu geben. Egal, was für eine Gesetze haben Sie bei Ihnen, in, in Deutschland, und ich weiß schon, in Deutschland, wie das geht, okay, Sie haben total recht, aber wenn ich, zum Beispiel, rufe Sie an, von meiner, was weiß ich, eine Telefonbuch, okay, das, dann haben Sie recht. Aber, wenn Sie schon angemeldet sind, bei uns, dass Sie aber schon auch einen Kahn bei uns, wo liegt das Problem, mit Ihnen, wenn wir geben eine... Oh, Mann, ist der sehr wichtig. Seidchef? Ja, hallo? Warum legen Sie denn immer auf? Nein, äh, wirklich, glauben Sie mir. Ich schwöre bei Gott, dass Sie, dass Sie seine Internetleitung haben. Ja, dann haben Sie eine schlechte Internetseitung. Warum, warum soll ich, warum soll ich auflegen? Das weiß ich nicht. Mein Job, mein Job ist, Ihnen alles zu erklären, Herr Klapper. Ja, das konnten Sie bis jetzt ja nicht. Und, mit einem, mit einem Wort, Herr Klapper, wir geben unsere Kunden, okay, eine Dienstleistung. Ja, das hat Sie schon mehrfach wiederholt. Und da gibt es keine Gesetze, um, äh, sowas, okay? Doch, da gibt es Gesetze. Da gibt es Gesetze. Lassen Sie mich jetzt, darf ich jetzt mal erklären? Ja. Also, wenn ich meine Daten einträge, haben Sie noch lange nicht das Recht, mich anzurufen. Das müssen Sie als, über ein sogenanntes, Opt-in, ein, meine, meine Einwilligung einfordern. Das haben Sie nicht gemacht. Okay, darf ich jetzt mal sagen hier? Nee, ja, ja, Sie können das, Sie können mir das erklären, wo Sie das, Double Opt-in von mir haben. Ich erkläre das. Sie meinen, okay, äh, wenn Sie eine, äh, Restaurant sehen, okay? Ich bin nicht im Restaurant, es geht hier um was anderes. also, ich, ich, ich mache einen Vergleich, das Sie verstehen. Sie sehen ein, äh, Restaurant und Sie haben auch das Vorteil, erst einmal zu lesen, war, äh, das Menü zu lesen und Sie sagen, okay, ich probiere mal, ich gehe rein, ja? Und wenn Sie reingehen, wenn eine, äh, wenn eine, also, es gibt auch die Leute, die arbeiten, wenn ein Kellner kommt bei Ihnen und sagt, Herr Kleber, was möchten Sie essen? Sie sagen, was? Äh, Sie haben meine Gesäße, also, was labern Sie eigentlich, die ganze, ach, ist das heiß. Ja, der ist schon wieder weg. Ich habe noch ein Hinzufehl. es geht weiter. Und nun, wenn Sie reingehen bei diesem Restaurant und setzen Sie sich, wenn, wenn jemand kommt bei Ihnen, ja? Und sagt, was möchten Sie essen? Sie sagen, nein, Sie haben schon, äh, wo wissen Sie, dass ich, dass ich, äh, essen will? Das hat doch jetzt mit dem Thema gar nichts zu tun. Ja, so meinen Sie auch. Sie sind eine Sekunde. Ja, Sie verstehen, hallo, hallo, werden Sie mal wach in Ihrem Kopf, das hat doch damit gar nichts zu tun. Ich habe meine Daten eingegeben und damit nicht automatisch angefordert, dass Sie mich anrufen. Sie müssen ein Double Opt-In anfordern, also meine, die Genehmigung, mich anzurufen. anzurufen. Das haben Sie mit meinem ersten Anruf schon nicht getan. Das ist Fakt. Das ist so. Das hat nichts mit Restaurant und Essen zu tun. Ja, das geht, weil Sie haben auch freiwillig bei uns gekommen. Nein, nein, ich bin nicht, ich habe nicht Sie angerufen, Sie haben mich angerufen, ohne Genehmigung. Wir dürfen unsere Kunden anrufen, für eine dürfen Sie nicht. Sie haben kein Doppel-In Sie haben von mir keine Genehmigung erhalten, mich anzurufen. Okay, wenn Sie möchten das verstehen. Ich verstehe das schon. Ich verstehe sehr gut, was deutsches Gesetz ist. Ja, die deutsche Gesetz sind, wenn Sie ein Restaurant bringen gehen. Ach, jetzt fragen Sie nicht wieder mit dem Restaurant an, Sie dummer Mensch. Aber ist die gleiche Sache. Nein, das ist nicht die gleiche Sache. Sie sind ein ganz schön dummer Mensch. Bin ich ein dummer Mensch? Genau, sind Sie. Warum beleidigen Sie mich? Weil Sie dumm sind. Ich habe Ihnen jetzt mehrfach erklärt, wie ein Doppel-Op-In funktioniert, aber Sie verstehen es einfach nicht. Das heißt, Sie müssen zwangsläufig dumm sein. Restaurant hat damit nichts zu tun. Es geht nur um Telefonieren. Ich habe Ihnen keine Genehmigung erteilt, ich habe Ihnen keine Genehmigung erteilt, mich anzurufen. Wenn Sie nicht eine Vermutung kunde sind, okay, wir dürfen das nicht machen. Ja, und eben, Sie haben mich beim ersten Anruf, als Sie mich angerufen haben, hatten Sie von mir keine Genehmigung, mich anzurufen. Herr Kleber, das wechselt das Sprechen, weil Sie sind einer von unserer Kunden. Sie haben bereits einen Account bei unserer Online-Handels-Plattform. deswegen habe ich Ihnen trotzdem nicht die Genehmigung erteilt, mich anzurufen. Herr Kleber, ich wählte bei Ihnen, weil wir möchten eine Geschäftsliste zusammen. Ja, aber das schaffen Sie ja nicht. Sie wissen ja gar nicht, Sie wissen ja doch nicht mal, was eine Genehmigung ist. So, aber gut, lassen wir das jetzt mal außen vor. dann machen Sie das doch mit der Lizenz weiter. Erklären Sie mal, wie Sie bei der FCA registriert sind, wenn ich Sie bei der FCA gar nicht finde. Herr Kleber, ich bin hier, um Ihnen zu, nicht zu überzeugen, okay? Das werden Sie auch nicht können. Ja, und ich bin auf der Webseite der FCA und Sie haben mir eine Nummer gegeben und die ist nicht registriert. Darf ich jetzt mal sagen, das lässt es, ich bin hier, um Ihnen zu zeigen, nicht zu überzeugen. Ja, Sie wiederholen sich, das haben Sie jetzt schon hundertmal gesagt. Nein, nein, aber komm schon. Komm schon? Ich gebe keine Information, dass Sie selber eine Sekunde schauen Sie selber mit Ihren Augen, okay? Ja, genau das tue ich, ja. Genau das tue ich. Sie dürfen nicht glauben, was ich Ihnen sage. Ja, genau, das glaube ich auch nicht, das stimmt. Ich glaube nicht, was Sie mir sagen. Ja, und das habe ich gemacht. Das ist etwas sehr Gutes, sehr Schönes. Herr Kleber, Sie sollten auch etwas verstehen. Ich bin hier, um Ihnen zu zeigen etwas. Lassen Sie mich das Angebot schauen, weil es ist genau für Kunden wie Ihnen. Und glauben Sie mir, wir geben eine Möglichkeit, solche Kunden wie Ihnen zuerst alles zu überprüfen. Sie wiederholen sich, Sie wiederholen sich. Nein, 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 dieses Tolles Paket ist mit 100% Gutes. Ja, ja, Sie wiederholen sich, sage ich doch. Sie kriegen eine Probezeit fünf Tage, fünf Tage, Herr Kleber. Ja. Und das Tollste darin ist, Sie bekommen auch einen regulierten Finanzberater dabei, mit einer Erfahrung schon über zehn Jahre schon in diesem Bereich. Der wird Ihnen Schritt für Schritt alles erklären, wie das Ganze funktioniert, unsere Plattform, unsere Software und dann gibt es Ihnen Handelssignale, technische Analyse, profitable Strategie und alles anderes, was man braucht, um Sie Profit zu schaffen. Sie werden auch Prognosen von Sie wiederholen Sie wiederholen sich. Sie werden auch mit Finanzberater eine andere Bekommen. Ja, ja. Das Sie haben auch das Recht mit einem automatisiertes System bei Trading. Es ist ein Robot, das wir aber schon selber ein Sie ermüden mich so langsam. Sie werden immer wieder dasselbe. Diese kurzfristigen Zeitansberne sind schon ausgerechnet von unserer Experten. Sie sind ganz schön langweilig. Sie sind so langweilig. Ja, weil ich habe es Ihnen schon mehrfach erzählt, Sie verstehen das einfach nicht. Sie sagen, Sie sind bei der FCA reguliert. Ich bin auf der Webseite der FCA und will sie überprüfen und Ihre Firma ist bei der FCA gar nicht reguliert. Das reicht mir als Information. Meine Meinung ist, Sie haben keine Ahnung von Investitionen. Oder sind Sie zum ersten Mal. Nein, weiß Gott nicht. Nur ich bin nicht so dumm. Ich beleide niemanden am Telefon. Ich akzeptiere und ich habe respektvoll für unsere Kunden. Wir sind hier, um nicht zu streiten. Und so respektvoll bescheißen Sie die Leute. kennen uns nicht. Nein, nein. Wir kennen uns nicht. Okay. Ich tue meinen Job, um meine Kinder zu wachsen. Und ich kriege einen Lohn. Ich profitiere überhaupt gar nichts von Ihnen. Ich bin hier, um Ihnen einen Gefallen zu tun. Sie tun mir einen großen Gefallen, wenn Sie mir eine gefakte Lizenz nennen. Das ist ein sehr großer Befallen, wenn Sie haben. Sie haben Ihre Meinung und ich darf es nicht und ich kann es nicht. Das können Sie richtig. Sie können mich nicht überzeugen. Nein, können Sie nicht. Alle Möglichkeiten mich zu überzeugen hatten Sie bereits. Nein, nein, nein. Doch. Ich bin nicht hier und ich sage dafür können wir haben eine Möglichkeit. Nicht jetzt schon wieder dasselbe. Sie müssen ermühen mich langsam. Erzählen immer wieder dasselbe. Es wird trotzdem nicht wahrer. Die einzige Möglichkeit, die Sie hatten, zu sagen, mit welcher Lizenznummer Sie bei der FCA reguliert sind. Was machen Sie beruflich, Herr Kleber? Das geht Sie einen Scheißdreck an. Das geht Sie gar nichts an. Warum benehmen Sie so unhöflich? Das kann ich Ihnen genau sagen, weil Sie mich über den Tisch ziehen wollen. Sie wollen mich betrügen. geben eine FCA Lizenz an, unter der Sie angeblich reguliert sind, und bei der FCA sind Sie nicht reguliert unter der Nummer. Das ist der Punkt. So einfach ist es. habe das erklärt, Herr Kleber. Ja, 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 nein, aber Sie haben mich nicht überzeugt. Das Einzige, was mich überzeugen kann, wenn Sie mir eine FCA Nummer geben können, unter der Sie reguliert sind. Haben Sie mir gegeben? Nein, ich gucke, wenn Sie zum Arzt gehen, dann gehen Sie ja auch nicht zum Wald und Wiesendoktor, sondern zum richtigen Arzt. Ja, wenn Sie eine Investition möchten machen, dann mache ich das genau, dann mache ich das da, wo Sie sollen auch die Sicherheits überprüfen lassen. Gehen Sie einfach. Ja, bin ich doch, auch bei der FCA. Nein, bei CFD3, da kommen Sie. Gehen Sie dort. Nein, das ist Ihre, das ist Ihre Seite. Und ich gehe lieber auf die offizielle Seite, die für die Regulierung zuständig ist, weil die müssen das wissen. Sie können mir sonst was erzählen. Sie können sonst was auf Ihre Webseite schreiben, das muss nicht wahr sein. Was die FCA schreibt, das ist wahr, das ist eine offizielle Behörde. Sie sind eine Firma, die Geld verdienen will. Das heißt, Sie haben keine Erfahrung, damit das ist das erste Mal, dass Sie Nein, ist es nicht. Ich habe vor allem die Erfahrung zu überprüfen, was ist echt und was fake. Und Sie sind fake. Okay, Sie behaupten das. Richtig. Aber das könnte auch nicht die Wahrheit sein. Das ist die Wahrheit. Wenn nicht eine offizielle Behörde, wer sollte dann die Wahrheit sagen? Irgendeine Webseite, Geld damit verdienen will? Bestimmt nicht. Herr Kleber, deswegen bieten wir auch eine Probezeit. Ja, natürlich. Man überweist Geld und Sie sind nicht reguliert und dann ist das Geld weg. Und man bekommt es nicht zurück. Ja, nein, nicht schon wieder das ganze Angebot. Sie langweilen mich. Sie wiederholen immer dasselbe. Trotz allem sind Sie nicht reguliert. Das ist Fakt. Herr Kleber, wir sind schon reguliert und das kein Thema. Ja, Sie sind es ja nicht. Geben Sie mir die echte Regulierungsnummer bei der FCA, wo Sie angeblich reguliert sind und dann ist das ganz anders. Aber Sie haben ja keine Nummer gegeben. Es ist nicht nur eine Regulation. Das ist das Wichtige ist die Regulation. Es gibt zu viele. Ja, aber es gibt nur eine Nummer, unter der Sie reguliert sind. Eine. Ja, aber Sie möchten das auch nicht wissen. Doch, natürlich muss ich das wissen. Nein, ich gehe nicht auf Ihre Online Plattform, weil Sie können schreiben, was Sie wollen. Ich überprüfe das immer nur bei den Behörden, die dafür zuständig sind. Das ist Wahrheit. Nicht mehr Regulation als nur FCA. Sie haben doch keine BaFin. Sie kennen keine BaFin. Doch, ich Sie kennen überhaupt gar nicht. Sind Sie bei der BaFin auch reguliert? Gehen Sie bei unseren Online-Sorten? Nein, nein, Sie sagen, Sie sind bei der BaFin reguliert? Sind Sie das? sicher. Okay, dann überprüfen wir das bei der BaFin. Ist gar kein Problem. Ja, so, und welche ID haben Sie bei der BaFin? Gehen Sie selber. Suchen Sie bei unseren Online-Sorten Nein, ich gucke bei der BaFin. Ich gucke bei der FCA, ich gucke bei der BaFin. Also, geben Sie mir die BaFin-ID bitte. Okay, darf ich sprechen? Sie können mir die BaFin-ID nennen. Okay, kein Problem. Lassen Sie mich das ausreden zuerst. Wenn ein Anleger Ich habe gesagt, nein, geben Sie mir einfach die BaFin-ID. Alles andere langweilt mich. Sie wiederholen sich permanent. Geben Sie mir einfach die BaFin-ID. Geben Sie mir die BaFin-ID. Geben Sie mir Ihre BaFin-ID. Verstehen Sie es nicht? Ich bin auf der Webseite der BaFin. Also, Nein, habe ich nicht. Sagen Sie mir Ihre BaFin-ID. Aber warum wollen Sie nicht bei Josef Lichens Sommers klicken? Nein, ich will das von Ihnen hören. Sie sagen, Sie sind bei der BaFin, dann geben Sie mir Ihre ID. Aber es gibt zu viele. Es ist nicht nur die BaFin, nur die FCA. Ja, gut, wir haben die FCA und die BaFin. Eine von den habe wirklich es freut mich zu Ersten wenn ich weiß nicht Blablabla reden Sie nicht drumrum geben Sie mir die Nummer Reden Sie nicht drumrum gehen Sie mir die Nummer Sie langweilen mich Ich sage ich darf es nicht was Sie möchten alle die verursachen das Sie brauchen Ach Sie dürfen mir Ihre BaFin ID nicht nennen habe ich das richtig verstanden Nein ich darf das nicht machen Nein gehe ich nicht ich gucke direkt da wo es reguliert wird Sie sagen Sie verstehen Sie sind ein ganz dummer Mensch Sie wollen mich auf Ihre Webseite loggen Nein ich werde nicht auf Ihre Webseite gehen Sie sagen Sie sind bei der BaFin dann geben Sie mir Ihre BaFin ID Sie sagen Sie sind bei FCA da haben Sie mir die falsche Nummer gegeben also geben Sie mir eine WhatsApp Nummer Nein ich oder nicht wenn ich beende ich das besteht Sie haben keine WhatsApp Nummer Nein habe ich nicht Aber um schneller alle Informationen die Sie wollen bei WhatsApp zu schicken Nein Können Sie einfach sagen Bei die ID können Sie einfach nennen Das sind einfach nur paar Zahlen Die können Sie sagen Herr Greber ich darf es nicht alle die Informationen Ja natürlich eine Bank eine Bank die über WhatsApp kommuniziert ist ja höchst seriös ist ja ganz seriös weil ich schau für Sie Sie wissen ja Sie haben schon aber Sie wollen es Sie wollen einfach nicht die BaFin ID nennen ganz einfach Sie wollen Sie wollen Sie sind eine Betrüger Firma ganz einfach So einfach ist es Ja weil Sie mir Ihre BaFin ID nicht nennen und weil Ihre FCA Lizenz auch nicht wahr ist Daher weiß ich das mal mal abgesehen davon das ist nicht abgesehen das ist wichtig davon sehe ich nicht ab darf ich etwas sagen aber nicht wieder diese elendigen Sachen Sie sind ein schwere Fall für uns Ja natürlich ich bin jemand der intelligent ist und der sich nicht über den Tisch ziehen das hat überhaupt gar nichts aber es tut mir leid Sie sind auch ein bisschen unhöflich am Telefon natürlich bei Betrügern bin ich immer unhöflich Sie beleiden auch Ja natürlich mache ich gerne bei Betrügern Das mache ich gerne bei Betrügern Ich bin 50 Jahre alt Ich bin kein kleines Kind Ja aber Sie haben den falschen Beruf Sie betrügen Leute Ich habe nicht die falsche Beruf Sie hätten es ja beweisen können aber Sie wollten es nicht beweisen also sind Sie raus für mich Sie sind Betrüger Ich denke mal dass Sie nicht nur sicher Sie denken das ist schon mal ein Fortschritt Überzeugt sind um eine erste Investition zu führen Ich denke ja schon dass Sie haben keine Erfahrung damit gehabt Oh ich habe jede Menge Erfahrung gerade mit Betrügern habe ich jede Menge Erfahrung und wenn mir jemand sagt er ist bei der BaFin reguliert und mir seine BaFin ID nicht gibt da weiß ich das ist ein Betrüger Sie hätten Sie einfach sagen können wie die BaFin Nummer ist und dann überprüfe ich das und wenn es wahr ist dann ist kein Problem aber Sie nennen das ja nicht und von daher schwafeln Sie mich einfach nur noch voll Das ist das beste Möglichkeit Gelegenheit Sie machen schon eine Position ohne Kopf zu machen Nein ich mache es mit Kopf nicht bei Ihnen Nein ohne Kopf Ich bitte etwas das Sie machen ohne Kopf zu machen Nein kein Problem Denken Sie nicht viel darüber Also machen Doch ich denke viel rüber Ich denke sehr viel Ich denke sehr viel darüber bevor ich Geld ausgebe Machen Sie keinen Kopf Ich mache mir Kopf Ich mache mir Ich Das heißt nur 250 Euro Ja Eben Meine 250 Euro Meine 250 Euro Wir nützen es nicht in Anfang Ihre Kapital Wir lassen Ihnen sein Sie wollen eine Einzahlung von mir haben Und da Sie nicht reguliert sind werde ich nötigenfalls mein Geld nicht zurück bekommen Weil Sie nicht reguliert sind Ja natürlich Und da Sie nicht reguliert sind kriege ich das Geld nicht zurück Nein Ja Geld zurück Garantie wenn man nicht reguliert ist ist nichts wert Eine Geld Zurück Garantie Sie verstehen es einfach nicht Sind Sie eigentlich so dumm oder Ich verstehe es nicht wie jemand so dumm sein kann Eine Geld zurück Garantie ist nur dann sinnvoll oder möglich wenn diese Firma auch reguliert ist Wenn sie nicht reguliert Ich bin noch nicht fertig Ich bin noch nicht fertig Ich bin noch nicht fertig Also Ja von mir auch und vor ich stelle es auch bei YouTube auf und wenn Ihnen irgendwas nicht passt zeigen Sie mich einfach an Zeigen Sie mich einfach an Was sagen Sie dort Das werden Sie dann schon sehen wenn Sie es irgendwann finden Ihnen herren gerade 400 Leute zu die wissen wie sie sich lächerlich machen Leute 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 es ist unglaublich wie dumm Sie sind Jetzt verstehe ich Aber es ist mir doch egal Ja ist doch schön ist doch schön Ja ja natürlich Sie sind ein Betrüger der Steuern zahlt ganz klar Das habe ich Ihnen mehrfach gesagt Sie verstehen es nicht Sie verstehen es einfach nicht Sie sind ganz schön dumm Nein das lasse ich nicht mehr Sie sind mir einfach zu dumm Sie wiederholen sich permanent und Sie sind einfach nur ein dummer Scammer Sie sind einfach nur ein dummer Scammer Sie sind ganz schön dumm Ihnen hören die Leute zu Ich darf es nicht sein am Telefon Ich habe schon gesagt Das macht nichts Deswegen sind Sie trotzdem ein Betrüger Ich darf es nicht Ja es macht mir nicht Deswegen sind Sie trotzdem ein Betrüger Wir kennen uns nicht Ja eben Genau Deswegen sind Sie ein Betrüger Ja Genau Und ich darf auch nicht unerflich sein Sie wiederholt sich Ja Ich wiederhole mich Haben Sie noch was Neues zu sagen Ja Haben Sie schon YouTube Channel Natürlich Sind Sie live oder wie Natürlich Okay Es freut mich Ich bin stolz dafür Herr Cleber Ja Weil es ist nicht das einzige Mal dass Leute wie Ihnen kommen Genau Und als Kämmer bloßstellen Und von Leuten wie Ihnen warnen Ja Genau Ich Dürfen 250 Euro liegen Sehen Sie Gehen Sie drin Sehen Sie Natürlich zahle ich Geld Bayern Ja Ob Wir richtige Betrüger sind Und Wenn das Ihnen passt Also Wenn Ihr Glauben Dass Wir sind Unlöschen Betrüger oder sowas Es ist besser für Sie Für Ihr YouTube Channel Ja Es ist Besser Für Sie Aber Machen Sie Das Machen Sie Das Schauen Sie selber Und Dann Es ist Besser Für Sie Wenn Sie Erwischen Ja Schon Eine Eine Betrüger Okay Oder Eine Unlöschen Unternehmer Ich habe Nicht Das Verstanden Was Sie Sagen Woll Sie Sprechen Ein Schlechtes Deutsch Sie Stammeln sich Da Zurecht Aber Das Ist Ja Ich Bin Sowieso Kein Deutscher Aber Ich Bin Ganz Bestimmt Sicher Sie Verstehen Mich Sehr Gut Das Was Sie Gestammelt Haben Ich Nicht Verstanden Okay Ich Habe Schon Gesagt Meine Meinung War Dass Wenn Sie Möchten Überprüfen Lassen Ob Wir Licenzierter Oder Nicht Unlistenzierter Unternehmer Sind Das Habe Ich Schon Gemacht Betrüger Oder Nicht Betrüger Sie Investition Führen Natürlich Zahle Ich Betrüger Geld Ein Natürlich Werfe Ich Mein Geld Aus dem Fenster Oder Verbrenne Mein Geld Natürlich Macht Man Sowas Oh Mann Oh Mann Oh Mann Und Dann Haben Sie Überhaupt Gar Nix Geschafft Welches Kinder Doch Habe Ich Habe Ich Geschafft Ich Warte Vor Leuten Wie Ihnen Genau Ich Warte Vor Leuten Wie Ihnen Vor Betrügern Aber Jeder Wer Wer Sieht Ihnen In YouTube Ja Sagt Was Hat Ihr Gereicht Überhaupt Gar Nix Natürlich Hat Er Er Hat Davor Gewarnt Dass Man Von Leuten Wie Ihnen Kein Geld Anzahlt Genau Das Ist Das Was Wir Machen Ist Jetzt Im Kopf Angekommen Ja Wie Wie Geht Es Weiter Gar Nicht Wie Gar Nicht Was Soll Weiter Geben Glauben Sie Ernsthaft Das Ich Doch Habe Ich Genau Das Habe Ich Geschafft Ich Habe Gewarnt Von Leuten Wie Ihnen Aber Wissen Sie Das Weiß Ich Ich Zeige Schon Die Lisenz Nummer Ja Haben Sie Ja Noch Nicht Sie Sie Haben Die Lizenz Sie Haben Die Lizenz Nummer Ja Noch Nicht Gezeigt Also Sie Sind Ganz Schön Dummer Scammer Sie Sind Doch 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 Sie Sind Dumm Sie Sind Ganz Schön Dumm Ich Bin Nicht Blind Im Gegenseit Ich Sehe Was So Sie Sagen Sie Mir Doch Die Lizenz Nummer Bei der BaFin Haben Sie Ja Immer Noch Nicht getan Nein Sagen Sie Mir Ich Ich Gehe Nicht Auf Ihre Webseite Sie Können Ja Einfach Sagen Ihre Lizenz Nummer Ich Ich Habe Keine Zeit mehr Ja Ist Schon Klar So Kennen Wir Das So Ich Hab Geschafft Ich Hab Ihnen Logisch Argumentiert Ich Wissen Was Ich Geschafft Habe Wissen Sie Was Ich Geschafft Habe Um Eine Investition Zu Führen Wissen Sie Was Ich Geschafft Habe Ich Habe Ihnen Zeit Gestohlen In Der Sie Keinen Anderen Betrügen Konnten Ich Habe Zu Viel Zeit Erklär Ich Wünsche Sie Noch Schönen Zeig weiter Ja Den Wünsche Ich Mir Auch Ihnen Allerdings Nicht Ja Ja Ciao